Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Via Level mit der Schuhgurke in Tanaris. Ja, WoW BFA Levelprojekt in der guten alten Welt. Und wir wollten uns heute hier so ein bisschen dem Wasser nähren. Und Freunde, ich bin ja kein Fan von Strand, Sand, Sonne, Sonnenschein. Strand, Sand, Sonne, Sonnenschein. Ja, wenn das keine tolle Reklame ist, weiß ich auch nicht. Ich würde bei mir meinen eigenen Urlaub am liebsten buchen direkt, Alter. Aber das hier sieht schon geil aus, so das Wasser. Oder? Das ist schon verdammt schönes Wasser, Alter. Vielleicht ein bisschen getrübt durch diese Riesen. Vielleicht sehen wir auch mal die Animation, die wir auch mal im Lord Talk besprochen haben. Von der irgendwie auch keiner so richtig weiß, wo die Riesen wirklich manchmal stehen bleiben. Dann einfach furzen und dann so eine Blase rauskommt. Und die, die dann zerstechen und dran riechen und sich dann ekeln. So richtig nice. So wie früher als Kind in der Badewanne. Ja, als Kind, wir alle haben diesen Freund, der das noch heute macht. Ist klar. Und was ist Tentakel-Hentai? Und diese Bekannten immer, die einem von all diesem Scheiß erzählen. Alter, das ist doch nicht gut, Freunde. Durch Selbstbefriedigung schwindet das Rückenmark. Vergesst das nicht insofern. Ganz wichtig, ja. Ja, mal so ein paar schöne Werte auch vermitteln. Toll, ich bin mal gespannt, Freunde. Wenn jetzt wirklich, machen wir mal das Gedankenexperiment. Wenn jetzt wirklich wieder in Zeiten, wo sich auch Eltern daran gewöhnt haben, dass das Internet auch ihre Kinder in jeglicher Hinsicht aufklärt. Zum Beispiel durch, weiß ich nicht, durch Videos von Katja Krasavitsch und so weiter. Das passiert ja alles immer früher, immer ganz problemlos. Ist kein Problem, sowas wie, weiß ich nicht, Menstruation und Masturbation und alles gleichzeitig. Das ist ja, heute guckst du in die YouTube-Trends und du bist schlauer, egal wie alt du bist. Und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, das ist alles weg. Das ist alles weg. Weißt du, ich hab mich drauf gefreut so, dass wenn ich irgendwann mal einen kleinen Scheißer habe, der nebenbei für mich Gold farben kann den ganzen Tag. Dass ich dann einfach sagen kann, mein Sohn, du weißt, du bist jetzt in dem Alter, wo Urin manchmal weiß wird und jetzt guck dieses neue Video von, weiß ich nicht, von, keine Ahnung, von Lion TV oder so. I don't give a damn. Oder hör den neuesten Track oder was weiß ich. Dass du den ganzen Scheiß nicht machen musst. Oder einfach so, hier, geh zu deiner Mutter. Das geht dann noch, das geht dann noch. Aber jetzt wollen die uns das wegnehmen wieder, mit ihrem ganzen Artikel gedöhnt und wieder irgendwelche Rentner bestimmen über irgendwelche Internetzensuren und Uploadfilter und so ein Scheiß. Es ist witzlos momentan. Es ist wirklich momentan witzlos. Du kannst doch nicht Meinungsfreiheit großschreiben und dann irgendwie das meinungsfreiste Medium der Weltzensur. Also, hallo, da muss man doch mal selber aufstehen und sagen, hier, ich kann nicht mehr. So mal aufstehen im Parlament und sagen, hier, ich kann auch nicht mehr, Leute. Also, so geht es doch nicht weiter. Dann lieber MC Fitti da reinsetzen mit den Flamingo-Girls, oder? Freunde, ihr werdet vielleicht euch jetzt fragen, wer zum Fick ist eigentlich MC Fitti? Ja, und lebt er überhaupt noch? Und setzt er eigentlich Hashtags zusammen mit White Fitti? Und da habt ihr natürlich recht, denn man hört wenig von MC Fitti. Ja, aber wir erinnern uns natürlich an diesen Mann. Es ist natürlich Fitti mit dem Bart. Und dieser Mann, ähm, als, wie ordnet man ihn ein? Schon irgendwo Hip-Hop, ne? Ja, so, schon irgendwo Hip-Hop, ja? Dieser Mann hatte als Crew im Hintergrund immer keine, keine mega böse guckenden Backup-Rapper oder so, sondern er hatte viel mehr, während wir intuitiv Riesen töten und Vorräte sammeln, ne? Hatte er immer die Flamingo-Girls. Und die Flamingo-Girls, das sind zwei Damen mit Sonnenbrille, pink angezogen. Ich glaube, meistens mit Tütü. Und die hatten sich lange Socken über die Hand gestreift. Und die dann so wie früher, ich sag denen, die es von früher kennen, ne? Die freche Socke und so. Und vielleicht auch aus dieser Weihnachtswerbung hier, ne? Mit der Socke. Ihr wisst, was ich meine, wo ich drauf hinaus will. Und hatten da dann so Flamingos draus gemacht, ne? Also so dann die Handbewegung wie so ein Schnabel, ne? Ihr macht es intuitiv jetzt mit vorm Rechner, vorm Handy. Oder mit der Hand so auf- und zuklappen. Früher im Kindergarten Schattenspiele. Hier kommt der Hund, hier kommt die Katze. Alles sieht gleich aus, oder? Wir erinnern uns doch gerne dran, Freunde. Erzählt mir doch nichts. Und ja, dementsprechend, ne? Wann das die Flamingo-Girls? Seine Backup-Crew, Frauen mit riesigen pinken Socken und Google-Ei so obendrauf geklebt, ne? Und dann so Flamingo-Gesten machen, also. Ja, Leute, ne? Und viele sagen jetzt, was zum Fick, worauf will er jetzt eigentlich wieder hinaus? Es ist für mich langsam vom Kasperle-Theater her kein Unterschied mehr, wer da sitzt und wer was erzählt. Und Ahnung hat sowieso keiner mehr von irgendwas, ne? Also ich finde so viele Entscheidungen auf viel zu hohen Ebenen einfach so unfassbar realitätsfern mittlerweile, ne? Dass man eigentlich, weiß ich nicht, man kann eigentlich nur noch irgendwie wirklich auswandern, ne? So ein bisschen unges Style irgendwie. Nur irgendwie nach Schweden oder nach fucking Alaska oder so. Naja, hast du auch keine Probleme mit Spinnen. Vielleicht mit Pinguinen, Bären oder fucking, weiß ich nicht, äh, Killerwahlen oder so. Je nachdem, wie weit du wanderst, ne? Ja, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist, weiß ich nicht, ich gucke irgendwie Nachrichten. Naja, das nicht, ne? Aber ich gucke irgendwie Twitter-Trends. Ich lese irgendwie, ich gucke auf Imageboards. Ich lese Meinungen und gucke Videos und was weiß ich nicht. Und es fühlt sich alles einfach falsch an, Alter. Oder? Können wir das einfach mal so sagen, jetzt ohne irgendwelche politische Wertungen und Gelaber und hin und her? Ne, da will ich auch gar nicht hin, das wisst ihr ja. Aber können wir einfach mal sagen, dass momentan einfach ein bisschen was dolle falsch läuft? Und es einfach, weiß ich nicht, bei allen zu einem gewissen Pulk der Unsicherheit führt. Und dass sich wirklich einfach alles komisch anfühlt momentan. So, ich glaube, das kann man doch unterschreiben, oder? Ja, ich glaube, das kann man doch einfach wirklich unterschreiben. So, liebe Leute, mal ganz allgemein, oder? So von der Gurke, von Sand zu Sand, oder? Es ist ganz komisch. Wiederverwertung, Freunde. Mal sehen, was ihr so gefunden habt. Ja, tolle Teile hier. Oh, Ruf ab bei Crafts Army. Wichtigster Ruf, Digga, ganz klar. Und Pfützenstampfer, toll. Raketenrettung. Ja, bringt Lebensraketen zu 5 Uhr Lebenden des Stampfdruckkartells. Ja, die haben wir natürlich auch gearbeitet, abgebaut und so, ne? Und die müssen wir natürlich retten dahin. Die Piraten kommen ja auch nicht von ungefähr, ne? Es geht hier, by the way, auch immer noch darum, dass sich hier der gute Mari Noggenfogger, der reich geworden ist mit seinem Elixier und so, der jetzt hier der, wie heißt es? Baron, ja, Baron von Gantgetzan ist, sich auch entscheiden soll, mit wem wir hier Geschäfte machen, mit wem wir arbeiten, ne? Deswegen reden die gerade und beleidigen sich auch, ne? Mit diversen, sprich in Horde Allianz mäßig, ja? Wie man jetzt hier traut. Die beide treibt mich in den Wahnsinn, du macht euch endlich an die Arbeit oder verschwindet aus meiner Stadt, ja? Mit wem man hier lieber arbeitet oder nicht und das klassische Noggenfogger-Elixier. Ich finde, dass wir damals von hier aus sonst wo reisen mussten, weil war ja eines der wenigen Kostüme, die damals erhältlich waren, ohne irgendwie Trading-Card-Game oder whatever, musste man irgendwie ins Hinterland, in irgendein See eine Blume pflücken und alles so ein Scheiß, um ihm das hier zu bringen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz interessant auch zu sehen, wer früher gespielt hat und diese Quest bei ihm gemacht hat, jetzt, er ist dadurch reich geworden, ne? Coole Idee, war aufwendig, aber hat alles gegeben, hat geklappt, ne? Tolle Sache und, ja, wir arbeiten weiter für die Horde und wollen den guten Mari natürlich auch dazu bringen, hier nur mit der Horde zusammenzuarbeiten, ne? Und sein Reichtum auch mit den Goblins nur zu teilen und nicht hier mit irgendwelchen Gnomen, oder? Wo kommen wir denn da hin, Leute? Oder nirgends, nirgends, nirgends. So, da steht schon mal ein X auf diesem Tank, der tropft auch, der ist hier auch mit einem riesigen Gürtel zusammengebunden, oder? Toll, Leute. Geil, Attacke, würde ich sagen. So, wir fliegen eine Runde mit der Ballonwurfstation. Sehr schön. Auf, auf und davon, Schätzchen. Ich lenke und ihr haltet einfach nur die Augen offen. Ja, ihr müsst aber auch was drücken, ja, das ist hier schon klar. So, wir haben Bomben und wir haben Lebensraketen. Müssen wir aufpassen, dass wir richtig werfen, ne? Wären ungünstig. Ja, sie kommen, um uns zu retten, ne? Der bieberten Biberdamm ist gebrochen und alles ist geflutet hier. Wir kommen gar nicht mehr weg. Ich weiß gar nicht mehr, was hier immer war. Tagschattenruinen. Waren ja auch einfach nur trolle Freunde. Ich muss sagen, und da freue ich mich ein bisschen drauf. Wir können auch gar nicht. Ähm, freue ich mich ein bisschen drauf. Natürlich auch so was wie Classic-Server und so normal, so eine Gebiete hier, ne? Gerade so was wie der alte Silberwald, so was wie die alte Boxschattenfang, oder hier Tanaris und so. Also, ich meine, ich habe die Zone auch überwiegend als durchaus sehr krebsig in Erinnerung, ne? Aber das ist im Vergleich zu dem, ich sag mal, neuen WoW mit neuem Quest-Design und so, ist es rein Level-Gameplay-mäßig halt auch recht krebsig, ne? Oder nichts mehr für die breite Masse. Auch nichts mehr für mich, muss ich ganz klar sagen. Aber ich freue mich trotzdem reinzuschauen und sowas einfach... Ja, und auf und davon im wahrsten Sinne, ne? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, denken sie. Hier, guck mal, schön die Rakete und gib ihm. Zack, jawohl, wunderbar. Äh, ne? Insofern freue ich mich, das einfach wieder zu sehen. Ja, also ich weiß hier zu wenig von Tanaris noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Möglichkeit haben, uns das nochmal dann in welcher Form auch immer zusammen anzusehen. Ne? Bin ich durchaus höchst gespannt. Habe ich auch mit dem guten Sevigno drüber gesprochen, Freunde. Wer es nicht gesehen hat, ich war bei dem guten Mann auch im Podcast unterwegs. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das unten. Ist aber auch im Spotify und so überall zu finden, ne? Ist ja mittlerweile gang und gäbe eigentlich auf sämtlichen, ja, Stationen. Jetzt bin ich bei Stationen, wie hier, ne? Auf sämtlichen Plattformen, ja? So ein bisschen das Ganze anzubieten. Machen wir mit dem Lore-Talk ja auch. Ist ja auch Spotify, iTunes, überall, ne? Und von daher, wer da Bock hat, mal reinzuhören. Wir haben ein bisschen über Lore gesprochen, ein bisschen über Gaming an sich mittlerweile. Wie WoW da steht und so weiter, ne? War sehr ein spannender Talk, hat sehr viel Spaß gemacht. Insofern, wer da mal nebenbei reinhören will, ne? Der kann das. Natürlich. Gerne tun. Insofernio Talks. Ich glaube, was war das? 386? Ich verlinke es euch einfach. Ich versuche dran zu denken, ne? Und ansonsten flämt mich einfach hart in den Kommentaren, ne? Ihr kennt das. So, Freunde. Man muss auch immer aufpassen, wie man die Phrase flämt mich hart betont, ne? Das geht sonst... Ah, das geht sonst wieder nach hinten los, ne? Da muss man wieder aufpassen. Da muss man immer aufpassen, Leute. Ich sage euch das, wie es ist. So, ich will nicht sagen, dass das irgendwie ultra-lame ist, wie langsam das Ding auch fliegt und dass wir hier wirklich die Piraten angreifen, die da einfach auf ihrem Schiff stehen, ne? Aber wir können zumindest sehr cool mit unserem eigenen Rocket Pack jetzt hier zurückfliegen. Das sieht auch sehr, sehr cool aus eigentlich, oder? Nehme ich das vielleicht als Thumbnail einfach? Wollen wir das einfach nehmen? So ganz, ganz faul? So. Ja, warum nicht? Cool, so macht man Thumbnails, ne? Hahaha. Freunde, viele fragen, wie machst du deine Thumbnails, Alter? Das sieht wirklich gut aus. Das freut mich, dass ihr das seht, ne? Gerade bei dem PvP, wenn ich da mit euren Chars agiere, dann versuche ich dem ja doch immer eine spezielle Note noch zu geben. Ich hoffe, das fällt auch irgendwo auf, ne? So, meistens versuche ich ja immer nur irgendeinen Bezug mit reinzubringen. Auch das ist manchmal schwierig, gerade bei Mad Moments, ne? Aber, ja, ich glaube, wenn man mal guckt, wie das zu Legion, Anfang Legion teilweise aussah, finde ich schon, dass ich mich da ein bisschen verbessert habe. Und ich hoffe einfach, das fällt auch auf, ne? Deswegen freue ich mich immer, wenn sowas auch gesehen wird. So, Leute, ich glaube, das ist aber auch was ganz Normales, ne? Das hat jetzt weniger mit den Thumbnails an sich zu tun. Ich glaube, wenn man wo mehr Arbeit reinsteckt und das selber gut findet, dann erhofft man einfach, dass das auch so ist, ne? So, vor einer Raketenrettung. Ist es nicht toll, wenn man etwas Nettes macht und dabei auch noch enorme Finanzspritzen für die Zukunft sichern kann? Da wäre es mir eine Freude, was? Da wärmt es mir vor Freude mein kleines Goblin-Herz. Ah, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Bald wird Gott gezahlt und uns gehören. Hier ein kleines Zeichen, meine Anerkennung. Dankeschön. Jetzt erst recht. Trefft Max Schredderschreck in der Mast- und Schuttbucht. Okay. Bist du nicht Max Schredderschreck? Aha. Wo sollen wir jetzt ihn da runter? Was ist mit der, oder? Wir schlachten jetzt erstmal noch die komischen Bussardadler hier aus, Junge. Diese miese Fackel, oder? Ich kriege so einen Hals, Junge. Fackeln sowieso. Triggert, oder? Freunde von Insel-Expeditionen. Insel-Expeditionen. Weiß nicht, gibt es das überhaupt? Keine Ahnung, ne? Um Freunde von Insel-Expeditionen zu sein, müssen erstmal Dropraten von Mounds, Pets und nice Waffen erhöht werden, glaube ich, bevor es das gibt. Aber, diese miesen Quest immer, oder? Fackeln hier, fackeln da, Junge, oder? Ich fackel gleich die ganze Insel ab, wenn ich das immer höre. Junge. Also Insel-Expeditionen, liebe Leute. Die bei so ja auch neues Modell, ne? Die sahen ja auch vor gar nicht so langer Zeit ziemlich scheiße aus. Und jetzt brennen die hier, Feuerrock, ne? Ich kann das gar nicht erkennen. Also, ich weiß nicht, die Überarbeitung, soll das so sein? Normaler Adler und vorne einfach so eine geschmolzene Animation drauf. Ich bin mir ja nicht so sicher, Alter. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier mit unserem guten Ausschlachter wieder arbeiten können. Jawoll. Insel-Expeditionen ist so ein bisschen das Pendant von Dungeons, vom Farm für Artefakt machen, ne? So wie Seelenschlund und so zu Legion, wie wir es hatten. Jetzt haben wir ja das Artefakt als Herzkette, unser Herz von Azeroth, ne? Und, ja, dementsprechend müssen wir das natürlich auch mit Machtversorgung, um das zu stärken, um Bonis freizuschalten in der Rüstung. Also, im Grunde dasselbe System, wie wir es in Legion kennen, nur ein bisschen ausgebaut und verfeinert und andere Rüstungstypen betreffen. Und da haben wir jetzt kein, unbedingt, also auch machen wir geistlosen Grind, jetzt immer wieder dieselbe Mystica-Farm. Wir haben was Besseres. Wir haben Insel-Expeditionen, ne? Da meldst du dich an. Gibt es Hero, gibt es Normal, gibt es Mystic, gibt es PvP, ne? Und je nachdem, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, überraschenderweise umso höher die Belohnung, auch von dem Azeroth-Ding. Und da kannst du auch einen Weekly-Bonus voll machen, den du dann reinbekommst. Das sind zum Beispiel 4, 5 Heroes davon, ne? Und da gehst du einfach auf die Insel, da sammelst du gegen NPCs einfach Acerid, in dem du Rares tötest, in dem du die anderen NPCs tötest, in dem du Quests machst, ne? Und wenn du 9000 Acerid voll hast, dann hast du einen davon abgeschlossen und eine Chance auf Loot von lustigen Upgrade-Items für die nächste, ne? Bis hin zu Pets, Mounts und so. Ja, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, das macht genauso viel Spaß, wie es sich anhört. Das macht genauso viel Spaß, wie es sich anhört, Freunde, ganz im Ernst. Ja, wir haben Handschuhe bekommen, die hatte ich noch nicht als T-Morg. Wo sind sie hin? Da. Ja, äh, des Feuersturms. Oh, die sind sogar besser, gucke an. Cool, schauen wir mal. Feuersturm, sind die rot? Finde ich ja sehr cool, dass hier Wolfsreiter-Handschuhe auch von so einem... Oh, guck mal. Und da bin ich ja Freund von, Freunde, ihr wisst ihr, ich weiß nicht, wie oft ich das in Let's Plays und Streams erzähle, ne? Aber da bin ich Freund von, dass hier jetzt der Feuerrock, ja, wirklich schön feuerrote Handschuhe drauf. Ja, da muss ich sagen, Hut ab, der geht gut ab, ja. Das ist wirklich toll, alles Johnny Controlletti, keine Panik auf der Titanic. Das ist wirklich eine ganz schöne Sache, ne? Wobei dieser Tage vielleicht keine Panik auf der AIDA. Uh, too soon? Nein, nein, wenn der Part kommt, ist es nicht mehr too soon. Kommt, hört auf, oder? Hört auch auf, Freunde, wenn man sowas hört, dann macht man einmal hohohoho, oder? Und dann ist es auch gut, oder? Dann ist das doch auch wieder gut. So, Freunde, Feuerrock, oder? Wir sind dabei. Wir sind dabei. Weil ich muss sagen, und das ist jetzt eine schwierige Aussage, die ich gerne im Anschluss noch erklären würde, ne? Ich bin Fan von Rücken. Wobei die Frage ist jetzt, sollte ich das wirklich erklären? Also, nicht an mir selber. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Gespräch beendet, Freunde. Ja, ich glaube, ja. Vielleicht sollte ich manchmal auf mich hören, wenn ich sage. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Aber, äh, ja, da sind wir wieder. Freunde, da sind wir wieder ganz dicht beieinander, oder? Und denken uns, schön, schön, dass wir noch da sind, oder? Das wird auch zu wenig gedacht. Ganz im Ernst, oder? Schön, dass wir noch da sind, oder? Ganz wirklich. Boah, übelst, übelst diepe Debrie-Random-Partgespräche in letzter Zeit, ne? Beim Panda auch letztens, Alter. Was ist eigentlich los, oder? Was ist eigentlich los? Weißt du, es ist einmal einen schlechten Tag, es ist einmal eine schlechte Woche, Alter. Und alles, alles geht den Bach runter, weißt du? Scheiße. Ich bin auch so ein Mensch, und das wird euch jetzt vielleicht wundern, aber ich bin teilweise genauso ansteckend, wie ich in der Euphorie sein kann, so mit Add-on-Hype, oder mit guter Laune, ne? Und hier mal Späßchen, da mal Späßchen. Das bin ich leider auch, wenn ich eine Debriefhase habe, oder wenn ich ein bisschen sad bin vorne, ne? Das fällt dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch zum Glück. Was heißt zum Glück? Wenn man öfter zuschaut, oder wenn man das eben kennt von mir, ähm, leicht zu glauben, ja? Und das fuckt mich aber mega ab, Alter. Das fuckt mich immer mega ab. Ich bin dann, wenn ich mal eine miese Phase habe, und dann auch irgendwie negativ drauf bin, und dann andere vielleicht was abkriegen, die auch gar nichts davon können, einfach nur weil miese Laune und so, ihr kennt das, ne? Dann bin ich noch mader, weil die Leute können ja auch gar nichts dafür, ne? Aber du hast dann manchmal auch gar nicht mehr noch die Kraft und Energie, irgendwie noch gut drauf zu sein, oder, ne? Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, so. Und dann fuck ich mich eigentlich am meisten selber ab. Dann bin ich gar nicht mehr mad über die Situation, warum auch immer, ja? Sondern sauer auf mich, dass ich jetzt diese miese Laune eigentlich auf andere übertrage oder zwangsgebundener Weise an ihn auslasse, weil ich einfach nicht mehr kann, irgendwie eine fröhliche Maske drüber aufzusetzen und so, ne? Ah, und dann bin ich pisst über mich. Und das ist noch schlimmer so, wisst ihr? Ah, ganz sad, Mann. Ganz sad. Darum schön, dass wir hier, Alter, da fuck, dass wir hier zu zweit fliegen, toll, dass wir hier immer unsere beruhigenden, Sandkätzchen, ah, unsere beruhigenden Parts mit Katzen haben, oder? Und da müssen wir ja sagen, Freunde, in World of Warcraft, auch jetzt zu Kriegszeiten, oder? Aber hier, in Tanaris, hier ist die Welt noch in Ordnung, oder? Das ist doch eine ganz tolle Sache. So, ich weiß auch gar nicht, ob das normal ist oder ob das wieder was von mir ist, dass man sich dann wieder mehr Gedanken noch über die anderen macht, auch in solchen Situationen, wenn man angepisst ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Wiederverwerter zur Wiederverwertung. Alchemisten müssen für diese Ware tief in die Tasche greifen. Vielleicht könnte ich manchmal, was, vielleicht könnte ich manchen versuchen, jetzt Drachenteile zu verkaufen. Aber das ist auch nicht mein Problem, oder? Ja, denke ich doch. Freunde, und es geht natürlich weiter. Es muss munter geschlachtet werden, oder? Wir machen weiter in den nächsten Parts. Post ist, glaube ich, eine Seite. Jawohl, warten wir noch einen Moment, ne? Ähm, ja, oder wir warten einfach ganz, ganz lange, ne? Mal sehen, liebe Leute. Goodie, das war es soweit von mir. Wir sehen uns in den nächsten Parts, Richtung 50% unterwegs. Es wird ne Level 50, Freunde, fast halbe Miete hier schon geschafft. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Haut rein. Schau's.